das hallo 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 und ein nicht hallo 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 wir sind natürlich nicht in Ero und sehr los Prozent sondern wir sind Prototyp und Verlots Prozent Prototyp das auch hallo 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 um ja wir wollen einen mit dem letzten Reis Versus gegeneinander Kirsten weniger machen die Uhr wir beide spielen das Land also blend und hier vorgespielt sowas vom Land wir wissen noch was es da geht gar nix er komischer Typ muss irgendwas umhauen wahrscheinlich ja genau glaube ich auch wir werden jeden Tag drei Folgen hochladen wer als erstes durch ist hat gewonnen ich werde natürlich nicht sein auf jeden Fall das werden wir haben das natürlich etwas spannender zu gestalten das ist der Gewinner zum Schluss der durch war sicherlich schnell für die Gegner überlegen ja also und singen was weiß ich irgendwas aussuchen für den Verlierer wir werden uns gegeneinander gegenseitig quälen und fertig machen und wissen um ein Gott und Prozent die Staaten des Ganzen noch nicht heute sondern erst erst morgen und Prozent ich weiß nicht was soll man nur Zeit sagen machen noch das kann sich am besten und sagen ja er kann man die Leute müssen immer reinkommen ja ja da hast du noch etwas dazu wollen wir noch etwas sagen nein ich habe nichts mehr zu sagen wunderbar dann Prozent ich bin Held und 86 und ich brauche die die und wir spielen ein Let's Race Kassel 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 sowas von bis dann Ciao